Und wir wollen noch viele mehr schöne Initiativen ins Leben rufen, zum Beispiel neue schöne Unterwäsche für unsere Bundeswehr, damit es auch ein bisschen Spaß macht, in den Krieg zu ziehen. Und natürlich brauchen wir neue Stiefel für die Bundeswehr. An das andere Gerät, da kümmere ich mich dann schon drum, damit unsere Gewehre auch gut schießen und unsere Drohnen gut treffen. Aber für das Kleinzeug unserer Soldaten, da wären wir doch sehr dankbar für die Unterstützung aus der Bevölkerung. Also stricken Sie Strümpfe für unsere Soldaten. Dankeschön!